Die Digitalisierung hat längst Einzug an den Schulen gehalten. Nicht zuletzt das Homeschooling in der Corona-Pandemie hat dies deutlich gemacht. Das Thema stand aber schon weitaus früher auf der Agenda, auch im Kompetenzzentrum für Lehrkräftefortbildung beim RPZ der ostfriesischen Landschaft. Gebündelt haben wir das seit vier Jahren immer im Fachtag Digitale Bildung, der zusammen mit dem Landkreis Lehr stattfindet. Dort gibt es jede Menge Workshops für Lehrkräfte und angehende Lehrkräfte zu digitalen Themen. Also letztlich alles immer wieder unter dem großen Stichwort der Medienkompetenz. An der Realschule Aurich ist Kurt Gudegast Ansprechpartner für Medienkompetenz. Er kümmert sich auch um den Einsatz moderner Tablet-Computer im Unterricht. Die waren vor allem im vergangenen Jahr sehr gefragt. Das hat sich auch beim Kompetenzzentrum für Lehrkräftefortbildung gezeigt. Also jetzt ganz aktuell hatten wir eine ganze Menge Schulungen zu ISERF oder zur niedersächsischen Bildungscloud, die ja als Lernplattform an fast allen Schulen installiert ist, je nachdem wie weit auch die Schulen und die Schulträger die Gelder und die Mittel und die Kompetenz dafür hatten. Dann gibt es natürlich einzelne digitale Tools, die jetzt gerade auch im Distanzunterricht sehr hilfreich sind, um Unterricht mit anderen Methoden fortzusetzen und aber auch um neue methodische Vorgehensweise in das Wissen der Schüler zu transportieren. Wichtig ist aber auch, dass Lehrkräfte fit im Umgang mit digitalen Angeboten gemacht werden, um ihre Schüler auch mit den Schattenseiten der Materie vertraut zu machen. Denn nur wer sich auskennt, weiß auch, wo in der Digitalisierung Gefahren lauern. Dennoch überwiegen die Vorteile. Der Vorteil ist, dass wir natürlich hochaktuell sein müssen, auch in Schule, mit all dem umgehen können müssen und auch gezielt umgehen können müssen, was man sonst vielleicht im Alltag und im Hausgebrauch unreflektiert auch benutzt oder nur einseitig benutzt. Da hat Schule natürlich auch die Aufgabe, genauer hinzugucken. Und damit das gelingt, bietet das Kompetenzzentrum Lehrkräftefortbildung das geeignete Rüstzeug. Mitten in den Sommerferien lädt es zur digitalen Sommerakademie ein und schult Lehrkräfte in Bereichen wie Classroom Management, dem Umgang mit dem Tablet und gibt Tipps gegen digitale Müdigkeit. Die Nachfrage nach den Fortbildungsangeboten ist groß.